Heute im Gespräch auf Gemeinsam in Bonn, Frau Weinreis. Sie ist die Leiterin des Kindergartens in Bonn-Buschdorf. Herzlich willkommen, Frau Weinreis. Dankeschön für die Einladung. Frau Weinreis, wie muss ich mir den Alltag im Kindergarten in diesen Tagen vorstellen? Ja, es gibt da ja quasi zwei unterschiedliche Modelle. Einmal mit Notbetreuung, dann ist ein Kind hier. Oder halt ohne, ja, und dann bin ich zurzeit, weil ja Betretungsverbot in den Einrichtungen ist, bin ich dann alleine hier. Und mache dann, ja, quasi mein Homeoffice nicht zu Hause, sondern Büroarbeiten hier in der Einrichtung. Es muss seltsam sein, in einem leeren Kindergarten, der so still ist, zu sein. Wie bleiben Sie mit den Kindern in Kontakt? Ja, also wir haben uns da direkt von Anfang an was überlegt, weil auch für uns dieser abrupte, ja, dieser abrupte Abschnitt zu sagen, die Kinder dürfen und wir dürfen ab Montag nicht mehr kommen, der war für uns auch so extrem, dass wir gesagt haben, sofort, wir haben sofort einen E-Mail-Verteiler angelegt an dem kommenden Montag und haben seitdem jeden Tag, ja, erst mal Informationen an die Eltern geschickt, aber auch jeden Tag, ja, Aufgaben, Hausaufgaben für die Kinder. Also Arbeitsblätter, Gedichte, eine Geschichte zum Vorlesen und kriegen auch immer dann eine Rückmeldung, teilweise per E-Mail oder die Kinder werfen auch schon mal was hier in den Briefkasten. Jetzt haben Sie eine besondere Aktion gestartet. Ja, genau. Im Hintergrund an Ihrem Fenster kann man es sehen. Erzählen Sie ein bisschen was man, wir sehen ja, wenn wir durch die Straßen gehen, an verschiedenen Fenstern Regenbögen, auch bei Ihnen. Also ich bin davon aufmerksam gemacht worden von einer Kollegin, die noch etwas jünger ist und halt auch noch eine Tochter hat, die im Grundschulalter ist. Und die schrieb mir sofort, ja, Kinder gegen Corona, diese Aktion mit den Regenbögen, fand ich eine ganz tolle Idee und hatte den Kindern einfach als Hausaufgabe dann an einem Tag gegeben, Mensch, halt mir doch mal einen schönen Regenbogen. Und dann werft ihr die Bilder hier in den Briefkasten. Und jetzt kommen seitdem immer noch mal ein paar Regenbögen dazu. Dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir hier auch einen Regenbogen malen. Da jetzt kein Kind da war, haben wir das dann gemacht. Und haben dann, ich kann das mal hochhalten, aber weißt du, ob Sie das sehen können? Das sind so Regenbogenstreifen. Die haben wir dann außen an das Fenster geklebt. Und ja, oben steht halt ein Text, ne? Also die Kinder vom Evangelischen Kindergarten möchten Ihnen allen sagen, wir schaffen das, wollte ich nicht schreiben. Aber dass es auf jeden Fall wieder besser wird und man sich doch herzlich eingeladen fühlen kann, jeder, der hier vorbeikommt, sich ein Stück Regenbogen und sich ein Stück Hoffnung mit nach Hause zu nehmen. Sehr schön. Sagen Sie, jetzt gehöre ich auch zu der Gruppe, die jetzt neuerdings 24 Stunden am Tag alle Kinder zu Hause hat. Was ist wichtig in diesen Tagen? Was ist sozusagen mal Ihr Ratschlag für diejenigen, die jetzt in die dritte Woche oder die vierte Woche sogar schon gehen, mit Kindern zu Hause? Was ist so ein kleiner, kurzer Ratschlag, den Sie uns geben können? Also man sagt ja sowieso, also Kinder brauchen bei aller Freiheit, die sie auch haben sollen, brauchen sie eine Struktur drumherum. Und das fällt ja auch für uns selber, für uns Erwachsene, die wir jetzt nicht arbeiten gehen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir Homeoffice haben oder zur Risikogruppe gehören oder halt Kinder betreuen zu Hause, Struktur. Für mich ist das ganz wichtig. Und deswegen würde ich jedem auch raten, ich habe das auch von den Eltern wieder zurückgespiegelt bekommen, dass sich viele so eine Art kleinen Stundenplan gemacht haben. Dass man jeden Morgen auch sich normal anzieht, nicht im Schlafanzug bleibt, sondern dass man sich jeden Tag auch anzieht und sich überlegt, was machen wir heute oder ein Plan macht abends, was machen wir morgen. Es gibt super viele Angebote, zum Beispiel ja auch Sportangebote im Internet. Da weiß ich auch, dass manche Eltern das machen mit den Kindern, gemeinsam sich bewegen. Und ich habe für uns, für unsere Kinder noch hinzugefügt, dass wir uns um 12 Uhr, wer Lust hat, immer trifft, dann mache ich hier einen kleinen Tisch fertig mit einer Kerze und irgendwie einen visuellen Symbol für das, was dann los ist. Wenn ein Kind Geburtstag hat, singen wir dann für das Kind ein Geburtstagslied. Singe ich dann hier auch ganz alleine mit mir selber. Oder wenn ich das Thema, was weiß ich, Biene, dann singen wir Bienchen, Summ, Summ, Summ. Und viele Eltern haben gesagt, sie finden es wichtig, dass sie so ein Stück Normalität behalten. Also auch wenn ich hier ganz alleine bin, ich ziehe mich schön an, ich schminke mich, so wie immer. Ich könnte ja hier auch jetzt in meinen Joggingklamotten rumlaufen, aber Normalität, so viel Normalität und Struktur wie möglich. Frau Weinreis, vielen, vielen Dank. Gerne. Alles Gute für Ihre Arbeit und auch, dass bald alles wieder gut wird und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Engels, Sie auch. Ich kann Ihnen das jetzt leider nicht hier per Videokonferenz überreichen. Wenn Sie hier mal vorbeifahren, reißen Sie sich eins ab. Wenn keins mehr hängt, Kinder aus dem Ort kritzen, Post-its voll und kleben die dann am Wochenende hier hin. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank.